Wenn wir Oldtimer restauriert haben, so waren das ja nicht immer nur Straßenfahrzeuge und nicht immer nur langsame Fahrzeuge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Ferrari Dino 196 restauriert, vormals Besitzer Pedro Rodriguez, 1954 glaube ich, war dieses Auto. Es schaut aus wie ein Ferrari Testarossa, nur schmaler. Ich glaube, es sind nur zwei Stück gebaut worden. 160 PS, 540 Kilo, Hebelstoßdämpfer, Reibstoßdämpfer hinten, den haben wir restauriert für einen Kunden. Und dann ging es darum, wenn das Auto fertig ist, dann müssen wir natürlich auch nachweisen, dass das Auto ordentlich geht. Und es war unfahrbar. Es war schrecklich, dieses Auto. Es ist dahin gehoppelt und ich habe gesagt, das geht nicht, ich muss damit auf die Rennstrecken fahren, wo ich im geschützten Bereich bin, sonst sind wir mit blauen Nummerndafeln gefahren. Ich habe das Auto mitgenommen, fahre auf die Rennstrecken hinauf und mein Nachfolger dort, Walter Penker, der inzwischen leider gestorben ist, der Walter, schaut mir zu, wie ich mit diesem Auto auf der Rennstrecke herum eiere. Das Auto hat gekostet, 4,5 Millionen Dollar ungefähr. Also es war so richtig wertvoll. Und da hast du schon eine volle Hose, wenn du so ein Auto ohne Gurte, ohne Helm, um das Geld auf der Rennstrecke bewegst. Jedenfalls irgendwo in einer Kurve eier ich und hoppel mit dem Ding so dahin und traue mich fast nicht schneller fahren, kommt der Walter Penker daher und sagt, Du Trautel, du, da musst Vollgas fahren. Gesagt, getan, ich habe mich dann getraut und wirklich war es so, das Ding hat erst funktioniert, wenn du jenseits von Gut und Böse durchgedonnert bist dort und plötzlich ist das Auto gelegen. Also herrlich, aber mein Schieß war natürlich grenzenlos.